Zwei Teams Ein Ziel Volero Zürich steht in den Viertelfinals der Volleyball Champions League und trifft auf den türkischen Top-Club Esa Zibasi Istanbul. Gegen die Türkenen weisen die Schweizer Meisterinnen eine ausgeglichene Bilanz vor. Esa Zibasi Vitra Istanbul gegen Volero Zürich Donnerstag 16.25 Uhr live im SSF Die CV und NS Bank Volleyball Champions League wird Ihnen präsentiert von SEAT Der United Volleyball Foundation Und der Eventcourt AG Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017